Herzlich Willkommen zur neuen Runde des KS Podcasts. Mein Name ist Sebastian Keindl von Keindl Athletic System. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich habe ein Megathema im Pack, würde ich sagen. Mal wieder ein bisschen was Technisches. Basiert auf einer Frage, die mir gestellt wurde. Und sicherlich eine Frage, die Coaches, Athleten und nicht nur Powerlifter, auch wenn das ein Powerlifter gestellt hat, sehr beschäftigt. Denn es geht um Progression im Krafttraining oder im Training eigentlich generell. Die Frage ist nämlich, wieso läuft es so gut bis zur schwersten Woche im Block und dann auf einmal läuft es nicht mehr so, wie es sein sollte. Auch wenn ich die Progression so sorgfältig geplant habe. Grundlegend oder dem zugrunde liegen ist natürlich die weitere Frage. Sollten alle Übungen innerhalb eines Trainingsblocks unterschiedlich progressiert werden oder gleich? Und dann kommen natürlich alle, die das Buch von Mike Isretel und Chad Wesley Smith, Scientific Principles of Strength Training gelesen haben, kommen und sagen, man sollte Kreuzheben in einem anderen Wochenrhythmus progressieren als Bankdrücken und Kniebeugen zum Beispiel, damit man das nicht überlagert hat. Aber es geht natürlich noch um viel mehr. Wie verhält es sich denn mit Zusatzübungen, mit deinen Trizepsübungen in Relation zu deiner Bankdrückprogression? Und genau das war die Frage, die mir gestellt wurde. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch auffällt. Wie hängen verschiedene Ermüdungen bei progressiver Steigerung über den Block zusammen? Mir erschwert die Ermüdung durch das Trizepstraining die Bank zum Ende des Blocks extrem. Etwa ab Woche 4 gehen die RPE sehr nach oben durch wenig Steigerung zur Vorwoche. Also das Gewicht wird weniger angehoben, aber trotzdem fühlt sich alles viel schwerer an. Ich würde behaupten, die RPE sehr gut einzuschätzen, vor 7, 8 Jahren damit angefangen. Ein Grund ist sicher, dass bei einer leichteren Bank unten besser beschleunigt wird und oben weniger Trizeps gebraucht wird. Wie kann man damit am besten umgehen? Weniger Trizeps-Training reduziert ja die Ermüdung und beeinflusst die Bank nicht so sehr. Aber bleiben dafür nicht genug entwickelt und hemmt damit die langfristige Progression. Und ich glaube, da steckt einfach einiges dahinter, was viele interessiert. Grundsätzlich geht es darum, wie progresiere ich und was progresiere ich? Und kann ich alles gleichzeitig progressieren? Um dir einen kleinen Überblick zu liefern, wie das Ganze heute strukturiert wird, wir werden uns erstmal kurz damit beschäftigen, wie sich das denn verhält mit der Aussage, der Trizeps arbeitet bei leichten Gewichten weniger als bei schweren Gewichten und was das bedeutet für Spezifik. Denn da gibt es ein paar interessante Dinge zu beachten, oder die man in diesem Kontext ansprechen kann. Und dann geht es um Progressive Overload. Was das genau bedeutet, wie das mit Progression zu tun hat. Und dann um die Frage, die ich so oft stelle, trainierst du oder testest du? Wie hängt das mit dieser Frage zusammen? Und wie hängt das vor allem damit zusammen, wie wir Progressionen bauen? Und dann abschließend werde ich ein paar Gedanken mit euch teilen, die ich schon lange zu Autoregulation hege. Und warum es vielleicht wichtig ist, nochmal ein bisschen darüber nachzudenken, wie man das Ganze einsetzt. Das Ganze, was ihr heute bekommt, ist also so ein bisschen schon eigentlich fast ein Sneak Peek in den Trainingsplanungskurs. Da wird natürlich noch ein bisschen mehr darüber geredet oder es wird viel genauer erklärt, wie Progressionen aufgebaut werden, wie man was progressiert. Aber wer heute gut hinhört, wird einiges mitnehmen können. Wir gehen also rein. Und die Frage ist, arbeitet der Trizeps bei leichten Gewichten wirklich weniger in Relation zu den anderen Muskeln, die beim Bankdrücken wichtig sind, als bei schweren Gewichten? Und die Antwort, die man aufgrund einer Studie geben könnte, wäre ja. Und diese Studie ist Effect of Barbell Load on the Structure of the Flat Bench Press von Kohl und Golas aus dem Jahr 2017. Und hier wurde mit EMG-Messung, also EMG ist die elektromyografische Messung, die Oberflächenspannungsmessung, also wir messen einfach nur den Strom, denn Muskeln werden durch das Nervensystem aktiviert. Das ist im Prinzip vereinfacht einfach Strom, der da hinkommt und dann legt der Muskel los. Und hier kann man einfach an der Spannung mehr messen, wie viel Aktivität der Muskel hat. Das ist nicht gleichzusetzen, mit wie viel Kraft der Muskel produziert. Das ist ganz wichtig. Aber hier wurde auf jeden Fall festgestellt, dass mit steigender Last der Latte, die vordere Schulter und der Trizeps an Aktivität zunimmt. Also die werden zunehmend aktiver. Man kann eben nicht direkt sagen, sie werden unbedingt wichtiger. Da gibt es so ein paar Sachen. Es gibt auch einige Kritikpunkte überhaupt an EMG-Messungen. Also man muss das immer mit dem bekannten Körnchen Salz zu sich nehmen und sollte das im Kontext von sehr vielen Dingen sehen. Grundsätzlich zeigt das aber eine Sache, die wir auch bei Werkoschansky in Supertraining lesen können, in Bezug auf Kniebeugebewegungen. Und zwar, hier wird davon gesprochen, und auch dafür gibt es noch weitere Nachweise oder Beweise, hier wird darüber gesprochen, dass man das Unterschiede in der Beschleunigung der Last, die Aktivierung der Muskulatur verändern können. Und zwar in Kniebeugebewegungen. Und hier spricht man von, wenn die Beschleunigung zunimmt, dann verlagert sich die Aktivierung von Distal nach Proximal. Jetzt ist Distal, ich muss ja immer ein bisschen einfacher reden, wurde mir gesagt, Distal ist quasi körperfern, also Füße sind distal und Knie sind proximaler als Füße. Proximal bedeutet körpernah. Das bedeutet einfach, wenn wir eine Kniebeuge schnell ausführen, dann wird die Hüfte aktiver, die Hüftstreckung wird aktiver in Relation zur Kniebeugung. Und es gibt so ein paar Gründe, warum das so ist. Das ist Muskelfaserzusammensetzung und dann ist es ein bisschen schwieriger mit zweigelenkigen Muskeln. Aber das ist viel zu komplex. Das, worum es eigentlich geht mit diesem Punkt und warum ich den auch nochmal aufgreifen wollte, gerade zu Beginn ist, wir sehen hier schon, dass es natürlich mehr als nur eine Spezifik im Sinne der Bewegungsmuster gibt. Also wir können hier schon ganz eindeutig sehen, dass nur weil ich eine Kniebeuge mache, ist die Kniebeuge nicht immer gleich spezifisch für eine Kniebeuge. Also diese Überlegungen quasi, ob eine Frontkniebeuge weniger spezifisch ist als ein Safety-Bar-Squad, sind dann schon, sagen wir mal so, die gehen an einem Punkt vorbei. Und das ist zu sehen, dass das Load, das wir benutzen, auch einen Teil der Spezifik ausmacht. Und das ist dann auch wieder wichtig für alle, die Sportler trainieren oder die einfach mehrere Übungsvarianten nutzen und nicht nur diese eine spezifische Variante. Wir können also für diesen Punkt schon mal zusammenfassen. Spezifik bedeutet auch, mit einem bestimmten Lastbereich zu arbeiten. Gerade bei einem Powerlifter, der eben Maximalkraft in einer Übung zeigen muss oder will, der sollte auch in diesem Aktivierungsbereich arbeiten oder vielleicht auch diesen Aktivierungsbereich über schnelle Bewegungen nachahmen, anbahnen. Und hier muss man eben ein bisschen dann immer schauen. Man kann die Lastkurven anpassen mit Ketten, mit Bändern, um das Ganze eben dann wieder für den Trizeps vielleicht oder für die Beschleunigung unten raus vielleicht etwas anzupassen. Wenn wir dann auf den zweiten Punkt gehen, und das ist ja das eigentliche Thema, Progression baut ja auf dem Gedanken auf, dass wir ein Progressive Overload brauchen. Wir müssen also schauen, dass wir Übungen progressieren, um stetig einen Reiz zu generieren. Das ist so die Idee. Man kann nicht zweimal das Gleiche machen, weil dann wird man ja nicht besser. Man muss ja irgendwie immer einen überschwelligen Reiz generieren. Die Frage ist aber, was ist denn genau der Overload oder was ist denn die Progression mit Overload? Nehmen wir mal das Beispiel des Bankdrückens. Du progressierst deine Bench wöchentlich. Dann hat der Lukas Markmeyer im Podcast, den ich mit ihm zusammen gemacht habe, ganz schön gesagt, wenn du in Woche drei was machen willst, dann kannst du das wahrscheinlich schon in Woche eins, weil du wirst nicht in zwei Wochen stärker. Das bedeutet einfach, das Potenzial war in Woche eins schon da, aber du hast das noch nicht ausgenutzt. Du trainierst also und in Woche drei machst du es. Das ist so die Idee einer Progression. Jetzt progressierst du die Bench wöchentlich. Also von Woche zu Woche steigerst du ein bisschen. Jetzt ist Bankdrücken die erste Übung und dann hast du vielleicht Trizeps-Übungen und weitere Drückübungen, die danach kommen. Also nehmen wir mal Trizeps-Extension oder du machst Bankdrücken, Kurzhantel, Schrägbankdrücken und dann Trizeps-Extensions mit den Kurzhanteln. Dann muss man sich ja überlegen, wenn ich die Bank, also das Bankdrücken von Woche eins auf Woche zwei erhöhe und dann das Gleiche machen würde im Schrägbankdrücken und im Kurzhantel Trizeps-Extensions, dann würden diese beiden Übungen ja schon auf vorermüdete Muskelgruppen treffen. Denn Brust, Trizeps werden ja beim Bankdrücken stimuliert, gefordert und dadurch auch ermüdet. Und da sie in Woche zwei schwerer sind als in Woche eins, ist die Ermüdung, die dadurch generiert wird, durch das Bankdrücken auch schon höher. Das bedeutet, wenn ich nichts ändern würde, ich mache in Woche eins Bankdrücken 100 Kilo 5x5 und in Woche zwei Bankdrücken 105 Kilo 5x5 und als zweite Übung mache ich Schrägbankkurzhanteldrücken, dreimal 10 Wiederholungen mit 30 Kilo in Woche eins und dreimal 10 Wiederholungen in Woche zwei, dann wäre das ja schon mit einer höheren Vorermüdung. Das bedeutet, es wäre ja eigentlich schon eine Progression. Wenn ich dann also das Kurzhantel-Bankdrücken auch nochmal progresiere auf dreimal 10 mit 32 Kilo, dann wäre das ja quasi eine aufgestapelte Progression. Und das ist vielleicht eine Sache, die man so ein bisschen überlegen muss. Das hat sehr damit zu tun, wie man was natürlich plant und benutze ich RPEs, benutze ich Prozente, was ist mein Ansatz in der Planung? Genau darum geht es im Planungskurs, aber nur nebenbei. Dann kommt ein weiterer Punkt. Wo progressiere ich Intensität und wo progressiere ich Volumen? Denn es kann sein, dass du die Bank ja progressierst von Woche zu Woche mit Intensität. Also du steigerst die Intensität, wie in dem Beispiel gerade gewählt, und vielleicht machst du das Ganze beim Kurzhantel-Bankdrücken dann über Volumen. Denn du steigerst von dreimal 10 in Woche 1 auf 12, 10, 8 Wiederholungen oder 12, 11, 10 Wiederholungen mit 30 Kilo beim Schrägbankdrücken. Also du erhöhst einfach den Umfang, die Wiederholungen, die du mit einem Gewicht machst. Man kann ja unterschiedliche Dinge progressieren. Denn Progression ist ja nicht immer einfach nur schwereres Gewicht wählen. Wir müssen uns also überlegen, welche Progression löst denn welche Ermüdung aus und welche Anpassung? Und wie hängt das zusammen? Das ist wahrscheinlich einer der großen Kernpunkte dessen, wie man Training progressiert. Das ist, wenn man so drüber nachdenkt, ja nicht nur ein Weg, der irgendwie nicht nach Rom führt in dem Fall, sondern zum Progressive Overload oder Progressive Overlord. Schönen Gruß an MTMT. Und hier hilft es mal wieder, sich so ein bisschen anzuschauen, wie das in anderen Bereichen des Trainings läuft, in denen wir vielleicht nicht in der gleichen Weise dazu geneigt sind, zu progressieren wie im Krafttraining. Einfach nur, weil man im Krafttraining so schön die Wiederholungen zählen kann und so schön einfach eineinhalb Kilo auf jeder Seite mehr drauf machen kann. Wie ist es denn mit Jumps? Denn wenn wir bei Sprüngen und bei plyometrischen Übungen, bei Explosivkraftübungen einfach nur steigern, indem wir mehr machen oder indem wir höhere Boxen benutzen, auf die wir springen, dann ist ja die Frage, ob das sinnvoll ist. Und tatsächlich ist es in sehr vielen Fällen so, dass wir in der Leichtathletik zum Beispiel sowas finden wie Sprungzirkel. Das bedeutet, es wird eine feste Zahl an Sprüngen gemacht über drei Wochen hinweg. Der gleiche Zirkel jede Woche. Denn was man natürlich hier nicht misst oder was man vielleicht nicht sieht, aber messen könnte, ist ja die Geschwindigkeit, die Kraft, die produziert wird, um den Sprung zu machen oder die elastische Komponente bei einem Sprung, die trainiert wird. Je nachdem, was eben Ziel des Ganzen ist, was ich hier trainieren will. Und genau das könnten wir beim Krafttraining ja auch betrachten. Wir könnten also sehen, oder wir betrachten nur Wiederholungen, Sätze, die Last auf der Handel und wie du dich dabei fühlst, deine RPE. Wir könnten aber natürlich auch sehen, wie beschleunigst du denn ein Gewicht. Denn die Kraft, die du produzierst bei einem bestimmten Gewicht, ist ja auch abhängig von der Beschleunigung. Jetzt könnten wir also einen Handelsensor, Geschwindigkeitsmesser, dran klatschen und das Ganze noch mit einfakturieren. Und dann könnte man eben versuchen, von Woche 1 auf Woche 2 gar nicht mehr Gewicht zu machen, gar nicht mehr Sätze zu machen oder mehr Wiederholungen, sondern einfach die Geschwindigkeit damit zu erhöhen. Da ist dann immer die Frage, ist das wirklich zielführend für die Progression für einen Powerlifter? Ein anderes Thema, das man hier jetzt aufmachen müsste. Aber wir erinnern uns, das war der erste Punkt wichtig, die Aktivierung der Muskulatur ist auch davon abhängig, wie Kraft produziert wird und damit auch oft von der Beschleunigung oder von der Kraft, die produziert wird und wo sie produziert wird im Winkel. Das kann man ja auch bei Verkoschansky Dynamic Correspondence nachlesen. Da geht es ja auch darum, was ist denn macht spezifisch aus? Und da ist ein Punkt der Bereich einer Bewegung, in der die Kraft produziert wird oder die Peak Force produziert wird. Und so kann man sich eben überlegen, wenn ich Progressive Overload generieren will, dann kann ich das auf viel mehr Ebenen als nur Übersätze, Wiederholungen, die Last oder im Prinzip diese drei Punkte und dann das ganze Messen über RPE oder über die Handelgeschwindigkeit oder Ähnliches. Oftmals überlegt man auch nicht genug oder vielleicht sollte man mehr überlegen, was welche Anpassung auslöst. Also wenn ich das Volumen steiger, strukturelle Anpassung. In den meisten Fällen ein Trigger eher für Hypertrophie. Jetzt werden die Bodybuilder sagen, das stimmt nicht. Man muss nicht das Volumen endlos steigern. Man kann mit sehr niedrigem Volumen, sogar mit Einsatztraining, Mike Menzer, Einsatztraining, in Anführungsstrichen für alle, die es hören, kann man Hypertrophie erzeugen. Anderes Thema auch wieder, die Auslastung, Ermüdung und sowas. Aber jeder weiß natürlich, dass die Steigerung über Umfang nicht das Gleiche auslöst wie die Steigerung über Intensität. Und das sollte man sich schon zu Gemüte führen oder das sollte man sich überlegen, wenn man progressieren will. Wenn man einfach mal versucht, bei den Assistance-Übungen, denn Assistance-Übungen wie Trizeps, Extensions, da ist es ja nicht unbedingt wichtig, mehr Gewicht zu machen. Da ist es ja relativ egal. Das sind ja Isolationsübungen, bei denen wir primär die Muskulatur stimulieren wollen und bei denen wir dafür sorgen wollen, dass man einfach ein bisschen mehr Reiz für die Muskulatur bekommt, dass die Muskulatur stärker wird, damit wir davon profitieren in den Mainlifts. Und hier könnte man ja mal versuchen, zum Beispiel bei Trizeps-Extensions zwei Wochen lang das gleiche Gewicht zu benutzen, die gleiche Satzzahl, die gleiche Wiederholungszahl, aber, Mind-Muscle-Connection, die Auslastung zu erhöhen. Einfach, weil man sauberer arbeitet und quasi die komplette Arbeit auf dem Muskel lässt, wenn man so will, und nicht sich ein bisschen rumcheatet. Und das ist gerade bei Assistance-Übungen eine Sache, die ich häufiger auch mal empfehle oder in Gesprächen erwähne, weil hier natürlich die Steigerung bei Kurzhanteln in zwei Kilo oder zweieinhalb Kilo Schritten relativ groß sein könnte. Ein zweieinhalb Kilo Schritt beim Seitheben für die gleichen Wiederholungszahlen oder auch mit gesenkten Wiederholungszahlen kann einfach manchmal ein bisschen viel sein. Und dementsprechend ist es oft gut, hier die Progression darüber zu machen, dass man einfach versucht, die Auslastung zu kreieren und die Ermüdung in die Zielmuskulatur zu bekommen. Es gibt also einen Unterschied in dem, wie man Dinge progressieren kann. Und dieser Unterschied ist immer abhängig von dem Ziel, das man wählt. Und das Ziel, wenn man so will, das so ein bisschen noch mit reinkommt oder mit reinspielt, ist, wenn wir uns das Beispiel anschauen von einem Powerlifter, der die Bank progressieren will, dann ist natürlich klar, dass das Ziel des ganzen Blocks ist, stärker zu werden in der Bank, aka mehr Gewicht bewegen zu können oder das gleiche Gewicht für mehr Wiederholungen bewegen zu können. Und hier kommt die tricky Sache der Progression und des Trainings generell. Und zwar die Frage, trainierst du oder testest du? Und das muss man sich fragen. Denn wenn die Gewichte schwerer werden von Woche zu Woche und die Ermüdung ansteigt, dann ist das ein Zeichen oder wenn die gleichen Gewichte schwerer werden von Woche zu Woche, dann wäre das ein Zeichen ansteigender Ermüdung. Das ist ja so ein bisschen das, was vorhin beschrieben wurde. Man steigert von Woche 1 auf Woche 2 und Woche 2 auf Woche 3 und in Woche 3 oder in Woche 4 dann, da ist man dann einfach schon sehr ermüdet, überdurchschnittlich ermüdet. Und da ist immer die Frage, warum solltest du nicht ermüdet sein? Ermüdung ist ein Teil der Anpassung. Training funktioniert ja dadurch, dass wir Ermüdung generieren, ganz global gesagt, Ermüdung generieren für unterschiedliche Systeme und dann regenerieren wir und passen uns an. Die Überlegung, die hier formuliert wurde in dieser Frage ist ja, dass man innerhalb einer Woche, innerhalb eines hier Mikrozyklus immer regeneriert. Das bedeutet, am Anfang der Woche bin ich wieder frisch und am Anfang der nächsten Woche bin ich wieder frisch. Aber genau deshalb macht man ja auch irgendwann einen Deload, weil man weiß, man erholt sich nicht von Woche zu Woche, sonst könnte man einfach komplett durchtrainieren. Diese Ermüdung ist ein Teil dessen, wie du Anpassung schaffst. Wenn du also nicht ermüdest, dann wirst du wahrscheinlich nicht so viel Anpassung schaffen können. Jetzt muss man natürlich ein bisschen unterscheiden. Werde ich stärker oder sehe ich, dass ich stärker werde? Wenn ich während eines Trainingsblocks ermüde und also ich trainiere und mache keine PRs. Vielleicht ist das ein Gewicht, sagen wir mal, in Woche 1 drücke ich eben diese 5x5 mit 100 Kilo und in Woche 3 drücke ich 3x5 mit 110 Kilo und 100 Kilo für 5 ist mein letzter Aufwärmsatz und diese 100 Kilo für 5 fühlen sich viel schwerer an als der erste Satz 5er in Woche 1. Heißt das dann, ich bin schwächer geworden von Woche 1 zu Woche 3? Natürlich nicht. Es ist nahezu unmöglich, in zwei Wochen so viel schwächer zu werden, sondern es zeigt einfach nur, dass du akkumulierte Ermüdung hast. Du hast einfach Ermüdung angehäuft. Du bist K.O. in Woche 3. Und das bedeutet natürlich, dass dieser Top-Satz, diese Arbeitssätze mit 3x5 mit 110 Kilo, die werden hart. Die hättest du in Woche 1 leichter gedrückt als in Woche 3. Aber wir erinnern uns an das Beispiel gerade vorhin mit der Vorermüdung. Bankdrücken ermüdet vor für das Kurzhantelbankdrücken. Das bedeutet natürlich, das ist ein höherer Reiz, den man dann setzen kann. Wenn ich jetzt mit Top-Sätzen arbeite und die mit RPE abgleiche, dann muss ich natürlich irgendwie schauen, dass um die Wochen miteinander vergleichen zu können, dass ich immer in einem gleichenmäßigen Ermüdungszustand in diese Top-Einheit komme oder in diese Main-Einheit komme. Nur dann kann ich darüber auch meinen Progress tracken. Wenn ich das mache, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich im Prinzip immer pieken muss. Ich muss zur schwersten Woche im Block auf jeden Fall pieken. Das bedeutet, in deiner Woche 4 müsstest du deine Assistenzen reduzieren, damit du nicht so ermüdet bist, damit du dich besser erholen kannst, damit das Bankdrücken in deiner schweren Einheit in Woche 4 dann auch gut läuft. Und genau das Problem, das du ansprichst, ist ein grundlegendes Problem dessen, wenn wir im Training einfach unseren Progress tracken wollen. Und das Problem ist, wenn ich jetzt in jedem Trainingsblock dann immer reduziere, damit ich eine gute, schwere Einheit habe, also ich plane meine Blöcke dann immer so, dass ich in 4 Wochen Belastung habe und eine Woche Pause, also nicht Pause, Deload, dann würde das bedeuten, ich trainiere 3 Wochen hart, eine Woche mache ich quasi einen halben Deload, damit ich am Ende der Woche eine Top-Bank-Drückeinheit habe und dann kommt danach ein ganzer Deload. Dann kann ich mir natürlich ausrechnen, wenn ich 50 Wochen im Jahr trainiere, 2 Wochen habe ich Urlaub oder bin krank und das Ganze unterteile ich in 5-Wochen-Blöcke, dann sind das 10, 5-Wochen-Blöcke. Dann fallen mir 10 Wochen als schweres Training raus, weil ich hier die Notes habe und dann kommen noch 10 weitere Wochen dazu, die ich nur zur Hälfte trainiere. Dann ist die Frage, kosten dich diese 20 Wochen nicht einfach mehr Progress im Jahr und dann kommt man natürlich in so eine Überlegung rein, wie sehr muss ich innerhalb von einem 4-Wochen-Blog sehen können, wie stark ich geworden bin. Gerade je nachdem, in welcher Phase ich bin. Und dann ist es natürlich immer so, wenn man sich dann den Rhythmus vorstellt, 4 Wochen Training, eine Woche Deload, dann kommt der neue Block. Dann wäre ja der beste Zeitpunkt, um einfach festzustellen, bist du stärker geworden in dem vorigen Block, nicht die schwerste Woche, die letzte Woche des Blocks, also nicht Woche 4, sondern Woche 1 des neuen Blocks. Dann nehmen wir mal an, ich mache in Woche 1 von Block 1 5x5 mit 100 Kilo und in Woche 1 von Block 2 5x5 mit 102,5 Kilo. Und diese 102,5 Kilo bewegen sich genauso leicht oder noch leichter als in Woche 1 die 100 Kilo. Dann weiß ich, ich bin stärker geworden. Und dafür habe ich ja den Deload davor gemacht, weil ich diesen Rhythmus habe. Dementsprechend muss man sich natürlich überlegen, wie man das Ganze progressiert und auch, wann man testet. Und testen sollte man als Powerlifter primär auf Wettkämpfen. Alles, was man davor macht, in dem, oder wenn man keine Wettkämpfe hat für einen langen Zeitraum, baut man es natürlich zwischendrin ein. Alles dazwischen sollte über Proxys laufen, also über Dinge, über die wir das Training monitoren können, auch mit Ermüdung. Denn die eigentliche Frage ist, wirst du von Block zu Block stärker und wirst du von Trainingszyklus zu Trainingszyklus stärker. Wenn du in den Wettkampf gehst und in dem Wettkampf immer wieder eine Steigerung hast, dann läuft alles gut. Und das bringt uns so ein bisschen zu dem abschließenden Thema RPE und warum Gefühle Gefühle sind und Training nicht rational ist. Denn die Basis für Autoregulation ist die Idee der Anpassung an die täglichen Möglichkeiten. Ich will an dem trainieren, was mir an diesem Tag möglich ist. Denn wenn ich sehr stark ermüdet bin, dann muss ich das Gewicht reduzieren, damit ich die RPE 9 oder 8 treffe. Und wenn ich an dem Tag mich außerordentlich gut fühle, dann kann ich mehr Gewicht nehmen bei RPE 8 oder 9. Das Problem daran ist, du bist ja kein Roboter. Und wenn du Powerlifter bist und du machst Bankdrücken, dann bedeutet dir das Gewicht was. Wenn du, sagen wir mal, dein Maximum sind 175 Kilo und 160 Kilo sind ein Einser mit RPE 8, dann bedeutet dir jedes Mal, wenn du 160 Kilo auflegst, assoziierst du was damit. Und dann hast du eine Erwartungshaltung, die du formulierst. Und das ist nicht ausschaltbar. Das bedeutet, das ist da. Das Unterbewusst kannst du denken, du gehst super rational rein und schaust dir das an und schaust, wie es sich bewegt. Aber du wirst natürlich rangehen und wirst eine gewisse Hemmung haben oder eine gewisse Aggression vielleicht auch haben und dir denken, heute haue ich die an die Decke, heute knalle ich die einfach von der Brust weg, weil ich bin stärker geworden. Das beeinflusst das Ganze also. Das bedeutet auch, wir können das nicht rational beurteilen. Und ein Beispiel ist, wenn du dir mal vier Fragen irgendwie vor Augen führst. Scrollst du oft mal bei deinem Handy einfach über Reels und durch dein Feed und schaust dir Dinge an und sitzt eine halbe Stunde da und lachst dich tot über deine Reels oder gehst du immer rechtzeitig ins Bett oder wenn du mal ein Trinken bist, denkst du dir dann, jetzt trinke ich nur ein Bier, ist vernünftiger oder postest du überhaupt dein Training, weil wenn du dein Training postest, wie viel Spaß macht es, Training zu posten, bei dem man vielleicht keine Progression sieht. und diese Beispiele, die ich gewählt habe, ist natürlich jedem klar, weil es so plakativ war, aber es ist mir nichts Besseres eingefallen, zugegebenermaßen. Diese Beispiele zeigen ja nur, dass wir nicht rational handeln können, denn sonst wüssten wir mal dieses Prokrastinieren durch den Feed scrollen und Zeit mit eineinhalb Minuten Videos verwenden, sollten wir nicht so häufig machen. Wir wissen, wir sollten immer rechtzeitig ins Bett gehen, damit wir genug schlafen können. Denn wir wissen, wir sollten vielleicht nur ein oder zwei Bier trinken und nicht zehn. Wir machen es aber trotzdem nicht. Wir sind nicht rational. Und jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich Rationalität schätze und bemüht darum bin, mich rational zu verhalten. Aber ich bin mir auch dessen bewusst, ich bin nicht rational. Und wenn man das Ganze dann ein bisschen weiterdenkt, dann kommt man auch darauf, dass man zum einen sieht, unterschiedliche Teile des Hirns sind für Rationalität und für Emotionalität zuständig. Weil ganz einfach gesagt, der präfrontale Kortex ist der rationale Teil, super vereinheitlicht. und dein limbisches System ist so dein Chimp-System. Sehr gutes Buch, das man lesen sollte, The Chimp Paradox von Steve Peters. Wenn du in Action bist, also wenn du im Training bist, dann ist ja dein limbisches System aktiv. Du bist ja emotional eingebunden. Du willst ja banschen. Du weißt, heute ist deine schwere Bankdrückeinheit. Das bedeutet, du musst emotional sein, sonst haut das nicht hin. Wenn du dann versuchst, das Ganze rational zu bearbeiten, dann ist das überhaupt nicht so einfach und dann kann man das eben nicht so dissoziieren von den Gewichten, also deine Erwartungen zu Gewichten und Gewichte, wie sie sich bewegen. RPE müsste dementsprechend mehrere Ebenen haben. Man müsste ja eigentlich sagen, okay, wir müssen ein RPE haben für generelle Anstrengung. Ein Achter-Satz. Vielleicht hast du einfach Achter oder vielleicht bist du einfach nicht in Shape und deshalb ist es egal, ob du 130 für 8 beugst oder 160 für 8. Es ist immer generell einfach richtig anstrengend und es ist immer eine RPE 8. Einfach nur, weil du es generell anstrengend findest. Dann ist natürlich die muskelgruppenspezifische Anstrengung. Fandst du es einfach, sagen wir mal, deine generelle Anstrengung ist mit 130 eine RPE 8 und mit 160 eine RPE 8. Deine muskelspezifische Anstrengung ist aber vielleicht mit 130 eine 6 und mit 160 eine 8. Das merkst du vielleicht am Tag danach, zwei Tage danach, wo du dir denkst, puh, hat meine Beine ganz schön frittiert. Und der letzte Punkt ist natürlich, wir bräuchten eine Technik-RPE, denn wenn du während eines Satzes deine Technik schlecht ist oder sich nahezu verabschiedet, dann wird die Last sich schwerer bewegen lassen. Das bedeutet, die Technik beeinflusst direkt deine generelle Anstrengung und auch deine muskelgruppenspezifische Anstrengung. Jetzt könnte man ja sagen, und das ist hier so ein Running Gag auch immer gewesen, hätte ich den technisch besser gedrückt, dann wäre es eine RPE 8 gewesen. Oftmals weiß man das ja auch, dass man weiß, okay, den habe ich jetzt einfach, da habe ich jetzt eine Wiederholung gehabt, die war technisch schlecht, das war meine Wiederholung 2 in einem Satz mit 4 Wiederholungen, dementsprechend waren Wiederholungen 3 und 4 überdurchschnittlich anstrengend und dann sah es aus wie ein RPE 9. War das jetzt ein RPE 9 oder war es ein RPE 8, weil ich weiß, ich habe eigentlich nur einen technischen Fehler gemacht. Und das ist ein großer Unterschied, die RPE Skala oder Idee von RPE basiert ja auf der Borg Skala. Borg Skala hat eine Abstufung von 1 bis 20 und wurde im Ausdauersport eingesetzt und wurde dazu eingesetzt, um quasi Ermüdung zu quantifizieren. Man hat Leute auf Fahrradergometer gesetzt, hat sie einen Stufentest machen lassen und hat gesagt, wie anstrengend ist es, hat ihnen Zettel hingehalten mit 1, gar nichts bis 20, ich sterbe. Noch Farbcodiert und dann haben die Leute draufgetippt, wenn sie nicht mehr reden konnten und dann hat man das quasi getrackt und abgeglichen mit den Herzfrequenzdaten und hat gesehen, aha, Leute können sehr gut einschätzen, quasi wie ihre Anstrengung ist in Relation zur Herzfrequenz. Unterschied ist natürlich, wenn ich auf einem Fahrrad sitze oder eine Ausdauerbelastung habe, dann ist das eine fortwährende Belastung. Ich sitze da drauf und pedaliere und kann schauen, wie anstrengend ist das? Hm, ist anstrengend. Und dann tippe ich drauf. Und dann trete ich weiter und messe meine Anstrengung und sage, oh, ist zwei Stufen anstrengender als vor zwei Minuten. Das bedeutet, ich habe einen viel kürzeren Referenzzeitraum. Wenn ich das Ganze bei Wiederholungen mache, dann ist es ja so, als würde ich einfach, als würde ich die Sätze miteinander oder innerhalb eines Satzes sehr viele Wiederholungen haben und sehr nahe Zeiträume miteinander vergleichen. Und oftmals ist das ja nicht so. Oftmals habe ich ja Wochen dazwischen oder eine Woche dazwischen, zwischen den letzten Einheiten, um zu wissen, wie anstrengend es ist. Und ich habe nicht diesen langen Zeitraum einer Belastung, um mir Gedanken darüber zu machen, sondern ich mache meinen Satz, konzentriere mich, mache den Satz und hinterher denke ich mir, boah, wie hat sich der angefühlt? Und das sind natürlich Sachen, die meiner Meinung nach schon unterschiedlich zu bewerten sind. Und deshalb ist es wichtig, wenn man diese Progressionen plant und dann versucht, das über RPE abzugleichen, dass man vielleicht die Progressionen sinnvoll vorher plant und die RPEs mehr als Abgleich nimmt. Und das ist auch etwas, was Pascal so gut beschrieben hat, was er in seinem Training gemacht hat. Dass er sich vorher überlegt hat, welche Gewichte macht er in welcher Woche und im Prinzip ist es eben auf diese Woche vier rausgelaufen. Und manchmal hatte er dann eben, kennt ja jeder, hat man dann eben Wochen, wo man sich denkt, boah, heute geht es gut und dann overshootet man. Und dann funktioniert die Progression nicht mehr. Und was zeigt das? Das bringt uns schon zu den Takeaways. Das zeigt primär, dass die Progressionen dann funktionieren, wenn die Wochen bis zum Peak dieser Progression einfach submaximal sind. Das bedeutet, man muss einfach akzeptieren, dass man nicht von Woche zu Woche stärker wird, sondern dass man vier Wochen trainiert und innerhalb dieser vier Wochen sich ermüdet und diese Ermüdung dazu führt, dass man stärker wird. Und dass man das, was man in Woche vier kann, eigentlich schon in Woche eins als Potenzial hat, man hat es nur noch nicht abgerufen. Nur so kann das langfristig wirklich funktionieren. Und um das nochmal, die Takeaways auf die Punkte auch, die wir heute irgendwie durchgesprochen haben, zu beziehen, muss man sich natürlich überlegen, nicht alle Übungen sollten gleichmäßig progressiert werden. Es ist wieder ein Grund, an dem man sieht, warum Übungsgruppen so wichtig sind. Denn dann, wenn ich Übungsgruppen habe, dann kann ich mir überlegen, welche Übungsgruppe progressiere ich wie in meinem Plan, welche Bedeutung hat sie. Dann geht es um Residuale versus Regeneration. Residuale bedeutet einfach nur, wenn ich etwas trainiere, ich mache heute eine Bankdrückeinheit, Maximalkraft, und dann trainiere ich nicht mehr Bankdrücken. Wie lange erhält sich meine Maximalkraft, ohne sie zu trainieren oder ohne sie richtig ermüdend zu trainieren? Also das ist einfach die Überlegung, wie lange wirkt ein Stimulus nach, wie stabil ist Kraft? Oftmals haben wir das Gefühl, wenn ich eine Woche nicht trainiert habe, dann ist alles wieder futsch. Und das ist natürlich nicht so, dann trainiert man eine Woche und dann ist man wieder eigentlich voll drin. Das ist oftmals einfach nur so ein Gewöhnungseffekt und hat viel mit der Psyche zu tun. Und gleichzeitig muss ich mir natürlich überlegen, wie verhält sich das mit der Regeneration? Denn wenn ich eben in Woche vier mein Trizeps immer merke und merke, dass das Bankdrücken mir schwerfällt, dann bin ich halt ermüdet. Und dann ist halt meine Regeneration zu dieser Einheit nicht voll. Das bedeutet nicht, dass sie schlecht ist, sondern es bedeutet einfach nur, ich bin nicht voll regeneriert. Und da kommen wir dann eben in Testen und Trainieren rein. Und dann ist immer die Frage, was progressierst du wo? Volumen, Intensität, Auslastung, Muskelgefühl, was ist das Ziel und was progressierst du? Welche Metrik progressierst du und damit welchen Teil des Trainings progressierst du wie? Dann bei Testen und Trainieren, da muss man sich eben immer überlegen, Testen funktioniert nur mit Deload und Training funktioniert immer über Ermüdung. Training ist immer Ermüdung. Es ist nur die Frage, in welchen Systeme, man kann Nervensystem mehr taxieren oder weniger, wie hoch ist die Ermüdung, also wie lange kreiere ich Ermüdung und dann ist natürlich immer die Frage, wie balanciere ich Testen und Training, damit ich langfristigen Progress erreiche? Denn das Ziel ist ja nicht, in jedem Block zu sehen, wie viel stärker ich geworden bin, sondern primär ist das Ziel erstmal stärker zu werden und dann ist die Frage, wie sehe ich in den Trainingsblöcken, dass ich stärker geworden bin? Und der abschließende Punkt war eben, Autoregulation ist nicht, wie man denkt, ich würde sagen, für Hypertrophie viel einfacher anzuwenden, da es hier primär um die Auslastung geht oder um eine subjektivere Belastung. bei Kraft ist es eben schwieriger, weil man eben nicht immer testet, weil man eben unterschiedliche Ermüdungsmerkmale hat, auch über einen Trainingsblock hinweg und weil einfach die Frage ist, kann man wirklich rational sein oder wie rational kann man denn sein? Und ich hoffe, das hat auch die Frage so ein bisschen beantwortet. Ich würde einfach auch mal überlegen, wenn in Woche vier meine Bank immer schon komplett ermüdet ist, vielleicht solltest du drei plus eins Blöcke planen, denn dann hast du drei Wochen, in denen es vielleicht gut läuft und vielleicht ist es einfach so, dass du nach der dritten Woche einfach davon profitierst, schon einen Deload zu machen und dann in vier Wochen Blöcken arbeitest. Das kann auch ein genereller Ansatz sein, den man wählt und andererseits kann es natürlich so sein, dass du sagst, okay, vielleicht muss ich mein Trizepsvolumen generell einfach senken oder du sagst, ich mache eigentlich guten Progress, auch wenn in Woche vier die RPEs immer so hoch sind, also bleibe ich dabei. Das sollte man also abgleichen und ich denke, so sieht man schon, wie schwierig das Ganze mit Progressionen ist und wie schwierig es ist, für mich jetzt einen generellen Takeaway zu geben. Das ist genau der Grund, warum man auf Instagram keinen Post sieht, in dem die magische Formel für Progression drinsteht und es nicht einen gibt, der das herausgefunden hat, wie die einzige Progression geht, sondern jeder Trainer eben immer darüber nachdenkt, wie man was progressiert und wie eine vernünftige Rate der Progression ist und ich hoffe, das konnte ich euch heute gut zeigen. für alle, die eben mehr Deep Dive wollen, Kraft Trainings Programming Kurs ist fertig. Ich finalisiere noch quasi die Bezahlung, also wie man bezahlen kann und sobald das steht, Paypal bitte melde dich, sobald das steht, ist er online, dann habt ihr Zugriff und das ist ein Kurs, auf den ich durchaus stolz bin. Ich glaube, er liefert wirklich gutes Wissen und ansonsten hoffe ich, dass ich euch heute schon viel Wissen einfach so kostenlos frei Haus geliefert habe, denn das möchte ich natürlich weitermachen. Ich möchte euch helfen, ich freue mich nach wie vor wahnsinnig über euer Feedback. Lasst mich auch wissen, ob ihr die Mischung gut findet aus diesen technischen Folgen und den philosophischeren Folgen, wie wir hatten, da war das Feedback überwältigend, also war ich tatsächlich sehr gespannt, wie die Reaktion darauf ist und hat euch scheinbar sehr gut gefallen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine progressiv gute Weihnachtszeit noch, bis hin zum Heiligen Abend mit einem PR quasi und ansonsten natürlich fantastisches Training, genieß das Training, einfach eine schöne Zeit, ist eine schöne Variante sich herauszufordern, ist eine schöne Eisen Meditation, wenn man Krafttraining macht und eine schöne Freiluft Meditation, wenn man laufen geht. In diesem Sinne, ich bin raus, adios. Das ist das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020